Faysa, Yousif würden jetzt Ihre Redebeitrag halten per Telefon aus Rojava. Faysa, Yousif, 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 Yousif. Faysa, Yousif, Yousif. Faysa, Yousif, Yousif, Yousif. Bechazaran, bis seit Hazaran, Jigalima, La Afrin, Leserikanie, Ligere Sipi, Pena Berbui, Hamurrenge, Silahim, Kada Khakri, Lesergeleima, Dibarinen, Wohatta Roja Eiro, Temgu, Darawaal Dunya, Yedikindibaha, Girebisay, die die sind und die berdevam jr den der die 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 wie ja herrn ha dukhasen loue deri hizameki pech bichinin ko bakuru roja bakuru roja wae kurdasan jahkut biken wudhu azun ko paqji eki etniki pech bichinin fji sujami robatie dukhasen netelien yakburi tevi v pilana kireji bikin jiboye jibangame Vielen Dank. Erdogan und die Menschen, die sich in die Kirche zu erlauben, die die Menschen in Kurdistan verletzen. Die Menschen, die die Menschen in der Kirche zu erlauben, die sie in die Kirche zu erlauben, die sie in die Kirche zu erlauben. Das ist ein neues Leben. Er hat sich ein neues Leben gelegt. Es ist ein neues Leben. Er hat sich an den Kostüm, das System und die Menschen, der sie sich über den Körper bringen. Ich habe mich so ganz sicher, dass ich mir nicht nur die guitaristischen Schwestern hatte, und ich habe mich über die guitaristischen Schwerke gemacht. Ich habe einen großen Aufmerksamkeit, der wir in den Kirchen der Kirchen und den Kirchen, der wir in den Kirchen, der Erdogan und den Kirchen und die Kirchen haben, hier mit einem dem E-D-G-G-A-Z. Ich frete mich um den Abwehrzimmerd und die Welt der Welt. Und weil ich es nicht, die Erdogan der kletcher, der Ruhr-G-A-Z. Dünya'y belakbikir. U tehdit ekij bu hamu dünyayı. Erdogan neten ekibu bakuru rojlatte sufi. Neten ekibu geli kurd. Her waha lehenber Avrupa'ya je tehdit ekil geli mesinim. U cahako hatan ha penaber. Letici Avrupa kartani. Naha manjidu khwazi disa penaberab karbinin taku konkuji ilisar galima bimashina. Jibuwe piyis raya gishtiya demokratiya Eurupa lihenberi vahya hishyarbir. Udbego zaq bikin lisar walati khwa. Lisar yakitiya Eurupa ulisar yakitiya netawanku rehenedin tishteki waha. Jibuwe banca mea uku uttavai geli mea. Le pejshya cienliye netawen yakbuyi. Le pejshya merkeza netawen yakbuyi. Çalaki bikin u pejshya fitişti bikirin. Wa af talabi turka aya gudu khwazi. Insanen çette binen duwalati emad bijibikin. Emwe liske hamub hebri vala darkhinin. Emwe liska liske ki geleki khatere. Upewista em hamub pejshya biberin. De serbi esasi. Emdi bi jinn. Emme shawaii piroz. Berkhodana ruhmati. Yago gelime jilvedere pejshya. Berkhodaniya rojana jihila hezen yepege u yepege. Kahramaniya hezen qasada ewe teqas bi ancaam leminir. Wa baveriyamen bi heza me. Bi heza gellan. Heza azadiya jinn. Wa heza merovatiya demokratiya heiko. Em khwabi ki liyek. Denge kwa çalatiya kwa irada khwabi ki liyek. Tu hez. Tu Da'aish. Wa Erdoğan. U çetiwi likarun kholper vina men hembe irada me begirin. Jibogheji em binawe daiken şehida. Binawe tabaijinin azadi khwas. Binawe tabaijinin ku tiye azadiyin. emwe slavdiken wa endivejin. Ewe durusmame. Jan azadi, yan azadi, yan serkeftin, yan serkeftin. Herbici jure. Herbici ekipiya gallan. Herbici murubatiya azad. Herbici, herbici şoraşar ocava. Jinn, jiyan azadi. Jinn, jiyan azadi. Jinn, jiyan azadi. Jinn, jiyan azadi. Liebe Freunde und Freundinnen, ich werde höchstwahrscheinlich nicht wortwörtlich übersetzen können, aber ich gebe mir Mühe, ich werde den Inhalt wiedergeben. Das, was Haval Yusuf gesagt hat, im Namen von Rojava sage ich einen großen Dank an alle Freunde und Freundinnen in Europa und ganzen Völkern, auch an Kurden und Kurden in Europa. Ihr seid seit Wochen auf Straßen und mit dem seid ihr unsere Stimme. Seit 9. Oktober hat diese ethnische Säuberung im Norden Surien, das sogenannte Rojava, kurdische Gebiet, stattgefunden. Mit militärischem Angriff der Türkei und seinen verbundenen Dschihadisten, IS, die aber langsam einen anderen Form und anderen Namen annehmen, versuchen sie das zu erreichen, was sie im Kobane nicht erreicht haben. Rojava steht für das, wovor Erdogan und seine verbundenen Dschihadisten Angst haben. Er steht für Frieden, steht für Freiheit und Demokratie. Er steht für Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau auf dem Grundlagen des demokratischen Konfederalismus. Genau das ist es, was sie zerschlagen wollen. Diese Errungenschaften der Völker, ganz gleich welche Ethnien, welche Religionen, welche Sprache, was sie in Rojava erreicht haben, will Türkei mit seinen verbundenen Dschihadisten zerschlagen und zurück ins Kriegszustand befordern. Wir rufen, wir rufen EU-Vertreter der Menschlichkeit auf, ihr dürft nicht zulassen, dass ein weiterer Massaker gegen Kurden stattfindet. Ihr dürft nicht zulassen, dass eine ethnische Säuberung der Völker, insbesondere der Kurden und Kurden in Rojava, Nord-Surien stattfindet. Wir glauben an euch, wir danken euch allen Freunden, Deutschen, Kurden und allen anderen, die gerade auf der Straße sind und gegen diese Kriegsverbrechen protestieren. Viele Grüße aus Rojava im Namen der Völker aus Rojava, im Namen der Frauen aus Rojava. Die WM-U-V, sieiktau, 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 sieiktau! Beide, sieiktau, sieiktau!